Parallel zur Mailänder Möbelmesse bietet die Außenwirtschaft Austria zusammen mit der österreichischen Möbelindustrie allen Designliebhabern eine besondere Plattform in Mailand. Seit fünf Jahren präsentieren sich Möbelhersteller und Designer aus Österreich gemeinsam im Herzen der Stadt. Das Motto dieses Jahr Confession of Design. Das Bekenntnis zum Design wird in der Rotonda della Bezzana abgelegt, einer ehemaligen Kirche aus dem frühen 18. Jahrhundert. Auf 800 Quadratmetern erstreckt sich das ungewöhnliche Ausstellungskonzept, entwickelt von Wasco und Klug. Mit dabei sind viele starke Marken der österreichischen Möbelindustrie, die ihre Designkompetenz hier in Mailand unter Beweis stellen. Wie auch Braunlockenhaus. Ja, uns als Braunlockenhaus freut es uns natürlich hier dabei sein zu dürfen in Mailand im Rahmen der österreichischen Designausstellung. Es ist einfach eine inspirierende Geschichte, die hier abläuft und wir mit unseren zwei Kollektionen, die wir heute präsent sein dürfen, zum einen hier das Thema Karl Schwanzer, das wir präsentieren dürfen. Originalentwürfe, die 1958 zur Weltausstellung in Brüssel produziert, entworfen wurden von Karl Schwanzer und dort auch das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden durften. Und auf der anderen Seite mit der Produktlinie Nintendo von Delugan Meisel, ein Ausschnitt von 13 neuen Kollektionen, die wir in einem Magalog der Schönheit gebunden haben und hier der Öffentlichkeit nochmal präsentieren wollen.